BAM Freunde, da sind wir wieder mit den MMA News am Dienstagabend. Leon Edwards hat auch Bock auf Champ Champ Status und hat angeblich ihn Gary ausgenockt. Poirier ist davon überzeugt, Charles kann Island besiegen mit dem richtigen Mindset und Paddy the Baddy ist sich seiner Lose-Lose-Situation gegen Tony durchaus bewusst. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen ohne großes Blabla sofort rein und fangen an mit Earl Jermaine Sterling. Der hat, wie es sich mittlerweile für fast jeden Fighter gehört, einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem man natürlich die ein oder andere Breaking News raushauen kann. Er hat jetzt offenbart, dass ihm drei Kämpfe im Federgewicht angeboten wurden. Er nennt leider nur einen Namen. Er sagt, zwei dieser drei Namen, das sind einfach Befreundete, Fighter. Und da hat er respektvoll und dankend abgelehnt und gesagt, nee, lieber nicht. Aber Calvin Cater, der wurde ihm ebenfalls angeboten. Und wenn man sich die Rankings anschaut, Calvin Cater steht aktuell im Federgewicht auf der 7. Schauen wir mal erst mal, was Sterling weitergesagt hat. Er sagt, also mir gefällt der Fight gegen Cater. Aber er ist noch so ein bisschen mit sich selbst am Hadern. Federgewicht, wenn er das macht, dann will er da nicht einmal was riskieren und gucken, klappt es oder nicht. Sondern wenn er ins Federgewicht geht, dann definitiv mit dem Ziel, ich will Numero Uno werden. Und dann will ich nicht um den zweiten Platz irgendwie antreten. Ich denke mal, dass er darauf hinaus will, dass er sich auch kräftemäßig ein bisschen an diese Gewichtsklasse anpassen muss. Er ist ein großer Mann fürs Bantam-Gewicht. Also da sieht er immer wahnsinnig brutal aus, wenn er dann in den Käfig steigt. Geht auch ein bisschen etwas mehr auseinander. Ist natürlich nicht ganz so furztrocken wie auf der Waage in seiner Off-Season. Ich kann es mir bei ihm gut vorstellen. Aber natürlich viele kräftige Jungs, ob er da noch seinen Grappling-Vorteil hat. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung, da zu gucken, dass er mit seinem Gewicht definitiv ein bisschen nach oben muss. Viele Fighter, meiner bescheidenen Meinung nach, glauben, dass sie einfach nur den Weight-Cut weglassen müssen und dann in dieser Gewichtsklasse Erfolg haben werden. Schwierig, weil die anderen Jungs in dieser Gewichtsklasse machen ja nach wie vor den Cut und haben dann einfach diesen leichten Vorteil. Es gibt durchaus auch Beispiele wie Robert Whittaker, die einfach ohne diesen Weight-Cut, der sehr kräftezehrend ist, dann super abgeliefert haben. Würde dann die Zukunft zeigen, in welche Kategorie hier Sterling passt. Ich kann ihn mir gut vorstellen, ich finde es aber nie verkehrt, wenn man sagt, ich möchte mich erstmal richtig vorbereiten auf die Gewichtsklasse. Die Frage mit Cater, ist das jetzt eine coole Gelegenheit für Sterling? Weil man sagt, hey, natürlich einerseits, du kriegst direkt jemanden in der Rangliste, Platz 7, gewinnst du gegen den, bist du wahrscheinlich nur noch, eventuell je nachdem wie du gewonnen hast, spektakulär per Finish, nur noch einen Fight davon entfernt, auch um den Titel zu kämpfen. Also als nächstes kriegst du dann wahrscheinlich einen Top-3-Mann. Oder ist das für Sterling so ein bisschen wie die Rückhand Bug 5 und man sagt ihm, nein, du hast wahrscheinlich gedacht, du kriegst direkt den Number-One-Contender-Fight gegen einen Max Holloway oder vielleicht sogar direkt einen Titelkampf. Da machen wir dir einen Strich durch die Rechnung, du musst dir erstmal den Weg hart nach oben erkämpfen und eventuell müssen das andere nicht, oder Sterling hat vielleicht das Gefühl, hey, andere bekommen bessere Gelegenheiten serviert. Ich denke, der kleine, aber feine Unterschied ist in diesem Fall einfach der Champion-Titel. Hätte Sterling den noch, die lassen keinen Champion gegen irgendwelche Contender antreten und sich nach oben kämpfen. Weil, und auch da ist natürlich nur mein Senf, nehmen wir mal an, der Champion aus einer kleineren Gewichtsklasse geht nach oben und kämpft da jetzt gegen einen Contender, gegen Platz 10. Was vielleicht sportlich Sinn macht, denn man ist ja noch unbewiesen in dieser anderen Gewichtsklasse. Und der Top-10-Mann, der wischt jetzt komplett den Boden mit dem Champion aus einer niedrigeren Gewichtsklasse. Wirft natürlich kein gutes Licht auf die Gewichtsklasse und lässt den Champion dementsprechend schwach wirken. Ist eine andere Nummer, wenn Champion gegen Champion antritt. Da treten dann die jeweils vermeintlich Besten in diesen beiden Gewichtsklassen gegeneinander an. Ich denke, deswegen werden wir das in der UFC nicht sehen oder nicht sehr häufig sehen, dass wir da irgendwie einen Number-One-Contender-Fight von einem Champion, von einem amtierenden Champion sehen. Okay, ihm fehlt halt der Titel, deswegen bekommt er nicht die Gelegenheit, die jetzt vielleicht andere bekommen, die auch noch andere bekommen wollen. Über Leon Edwards sprechen wir noch in diesem Video. Bei Sterling hängt es, glaube ich, davon ab, was macht Merab und wie einigen die beiden sich. Es gab schon so eine leichte Annäherung, dass Merab gesagt hat, ja gut, wenn das Geld stimmt, setzen wir uns zumindest damit auseinander. Es wurde uns ja noch nichts angeboten. Das ist nicht mehr so ein hundertprozentiges Nein. Aber von Sterling, von seiner Seite aus kann ich mir auch forschen, dass er sagt, okay, weißt du was, ich hatte den Gürtel, ich habe ihn auch verteidigt. Klar ist das immer eine geile Nummer, nochmal zurückzukommen und den Titel ein zweites Mal zu gewinnen. Das kann er sich vielleicht aber als Plan B aufheben, wenn sein Gang ins Federgewicht nicht von Erfolg gekrönt ist. Wenn er jetzt nachher aufsteigt und bekommt dort die Hucke voll, dann gibt es immer noch diesen Plan B, nochmal zurückzugehen. Scheitert er jetzt nochmal in der niedrigeren Gewichtsklasse vom Federgewicht? Einmal schwieriger zu vermarkten und vielleicht zerknackt das auch komplett seine Motivation. Und wenn er da gescheitert ist, wie kann er es dann in der höheren Gewichtsklasse schaffen? Biel hätte, hätte Fahrradkette und würde, könnte. Aber ich an seiner Stelle würde jetzt ein bisschen Gewicht aufbauen, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr Pause machen. Der muss ja nicht wahnsinnig viel zunehmen. Aber gesund, ohne großen Weightcut dann in dieser Gewichtsklasse mein Glück versuchen. Vielleicht hat er dann weniger Probleme mit der Ausdauer. Vielleicht ist das Kinn etwas widerstandsfähiger. Ich kann mir Sterling auch als guten Contender, als gefährlichen Mann im Federgewicht vorstellen. Und klar, für die Legacy ist das dann natürlich top. Wenn du dann auch dir diesen Titelkampf verdient hast mit zwei Fights gegen Top-Leute, glaube ich, kann sich auch keiner beschweren. Tom Espinel, aktueller Interim-Champion im Schwergewicht. Das muss man ja immer nochmal dazu erwähnen. Ist jetzt in dieser Situation, die wir wahrscheinlich genauso, wenn Pavlovich Champion geworden wäre, jetzt besprochen hätten. Was macht er jetzt als nächstes? Verteidigt er seinen Interim-Gürtel? Sieht er ihn selber als den legitimen, den rechtmäßigen Gürtel an? Scheinbar, denn er sagt, mein Ziel war es, Heavyweight Champion in der UFC zu werden. Dieses Ziel habe ich jetzt erreicht. Und alles, was jetzt kommt, ist noch ein extra, ist ein Bonus. Ich bin zufriedengestellt mit dem, was ich erreicht habe in diesem Sport. Jetzt geht es halt noch um die Legacy, weil ich will das beste Schwergewicht aller Zeiten werden. Das war so ein Auf und Ab, dieser Satz, dieser sehr, sehr lange Satz, wo ich gedacht habe, oh, jetzt schon satt nach dem Interim-Titel-Gewinn. Dann aber auch mit, es geht um Legacy und jetzt möchte ich das beste Schwergewicht werden, nochmal die Kurve bekommen. Ich hoffe, dass Espinel hier nicht schon komplett gesättigt ist und sagt, alles klar, zurücklehnen, Arme hinter den Kopf. Weil so ein Fight gegen Jones, den wollen natürlich jetzt sehr, sehr viele sehen. Espinel selber sagt auch, ich will mich gegen Jones einfach testen. Er glaubt, dass so ein bisschen der Luck ab ist von Miocic gegen Jones und dass man den Fight direkt in die Tonne schmeißen soll. Er selbst will unbedingt bei UFC 300 antreten und dort dann eventuell auch seinen Interim-Gürtel verteidigen. Er sagt, jetzt braucht er erstmal, er hat jetzt zweimal in drei Monaten gekämpft, eine kleine Pause, auch von dem Stress des Kämpfens, das hat er genauso bezeichnet. Aber im April kann er sich vorstellen, wieder zurückzukehren und dann dort seinen Interim-Gürtel zu verteidigen. Ist jetzt natürlich von der UFC so eine Sache. Man hat vielleicht diese Card jetzt etwas aufgewertet, dass man noch einen Titelkampf, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Interim war, draufgepackt hat. Auf der anderen Seite, wie viele Leute zieht das an, wenn jetzt Tom Espinel auf der UFC 300 Card seinen Interim-Gürtel verteidigt. Da wollen vielleicht auch einige Fans wirklich den, den Big-Daddy-Gürtel wirklich sehen, den aktuell John Jones hält. Wenn Jones zurückkehren kann und Stipe Miocic aus irgendeinem Grund nicht mehr will oder die UFC Interesse verloren hat, ja, kann man den Fight natürlich gut machen. Ich glaube aber, die UFC hält erstmal daran fest. Jones ist übrigens leichter Favorit noch gegenüber Espinel. Was ich bei allem Respekt vor Espinel und wie gut er ausgesehen hat, jetzt natürlich auch gegen so einen Killer wie Pavlovich, schon verstehen kann. Aufgrund von den Sachen, die Jones erreicht hat und wie er halt auch gegen Garn agiert hat. Espinel ist ein anderer Fighter. Den, glaube ich, bringst du nicht auf den Boden und dominierst den komplett, dass der da ahnungslos ist. Ich denke, wenn der Papa BJJ-Coach ist, dann wirst du gezwungenermaßen einiges Grappling-technisch mitbekommen. Ein sehr interessanter Fight, weil Espinel auch relativ wenig Dellen in seiner Rüstung oder Lücken in seiner Rüstung bisher gezeigt hat. Der sah fast immer wirklich fabelhaft aus. Ein Fight, der mit Sicherheit irgendwann kommt, falls Jones weiterkämpft, wenn das der letzte Fight ist und die UFC weiß das vielleicht auch. Vielleicht hat die UFC einfach mit beiden gesprochen, sowohl mit Miocic als auch mit Jones. Und beide haben gesagt, Freunde, jetzt mal hinter Vorgehalten der Hand, ganz ehrlich, letzter Fight. Danach kommt nichts mehr. Ja, dann sagt sich vielleicht auch einfach die UFC, okay, komm, dann wollen wir diesen letzten Fight aber maximal promoten können. Maximal Geld rauspressen mit dem Champion-Titel-Kampf. Dann würde das vielleicht auch Sinn ergeben, auch Espinel nochmal seinen Interim-Gürtel verteidigen zu lassen. Und dann, wenn beide in den Sonnenuntergang reiten, wird Espinel einfach nur zum rechtmäßigen Champion erklärt. Wahrscheinlich für viele dann noch eine Zeit lang als der Paper-Champion, weil er nicht gegen den rechtmäßigen Titelträger gewonnen hat. Aber auch das wird mit der Zeit verblassen und viel mehr Leute werden wahrscheinlich dann sagen, wer auch immer den Fight gewonnen hat, ob Jones oder Miocic. Die wollten einfach nur dem jungen, hungrigen Espinel aus dem Weg gehen. Wer sein möglicher Gegner sein könnte, da wird es knifflig. Ich meine, ich habe ja am Montag den Matchmaker rausgehauen. Ich glaube, Gahn, sonst machen andere Fights gar nicht so viel Sinn. Jetzt nochmal gegen Pavlovich, kann ich mir nicht vorstellen, dass man diesen Rückkampf jetzt direkt machen wird. Wäre natürlich trotzdem spektakulärer Fight, der dann genauso gut in die andere Richtung gehen kann. Aber ich glaube, Gahn, das wäre durchaus eine realistische Möglichkeit für UFC 300. Dustin Poirier spricht über Charles Oliveira. Und er sagt, wenn Oliveras Mindset, also wenn er fokussiert ist, wenn er on point ist, wenn er derselbe Typ ist, der gegen mich, nicht gegen Bako, sondern gegen Dustin Poirier gekämpft hat, der gegen Chandler gekämpft hat, dann glaubt er, dass er diesen Kampf auch gegen Islan Makachev gewinnen kann. Er glaubt, dass Charles damals in Abu Dhabi nicht dort sein wollte, nicht dort kämpfen wollte und einfach so ein bisschen aufgegeben hat, bevor der Fight überhaupt begonnen hat, beziehungsweise bei der ersten Gelegenheit die Tür nach draußen genommen hat. Ist jetzt Dustin, selber Fighter, er sagt ja einfach nur, hey, das ist einfach nur meine Meinung, ich will hier keinem auf die Füße treten. Er glaubt aber, dass vom Skillset Charles alles hat, um die Besten der Welt zu schlagen, was er schon getan hat und was er auch weiterhin tun wird. Er lobt das ganze Team, sagt, super Coaches, super Team, super Trainingspartner, super Gemeinschaft, die die da haben. Und ja, MMA ist weiter im Fortschritt. Es gibt diese eindimensionalen Fighter, gibt es kaum noch, gerade in den etwas leichteren Gewichtsklassen. Da musst du jetzt einfach das All-in-One-Rundum-Sorglos-Paket sein. Und betont nochmal, wenn das Mindset stimmt, dann kann er auch Islan Makachev schlagen. Da werden jetzt einige Islam-Fans einfach nur mit der Nase rümpfen und sagen, nein, ein zweiter Fight wird genauso ausgehen wie der erste. Und hey, vielleicht haben sie recht, Islan ist ein sehr, sehr dominanter Champion, aber Charles so leichtfertig abzuschreiben, halte ich für unklug. Ich glaube auch nicht, dass Team Makachev das macht. Es wäre zumindest sehr unklug, meiner Meinung nach so einen tollen Fighter oder so einen gefährlichen Fighter wie Charles einfach auf die leichte Schulter zu nehmen, weil ich ihn einmal geschlagen habe. Heißt das, ich schlage ihn jedes Mal. Nach der Logik, wenn man sich einige Rückkämpfe anguckt, die sind schon anders ausgegangen. Was Poirier hier macht, und das ist jetzt auch nur, Dustin sagt ja selber seine Meinung, dass er glaubt, Charles hat da einfach nur aufgegeben in diesem Fight. Jetzt meine Meinung dazu, ich denke, dass Poirier hier auch ein bisschen für sich selber, so als psychologischen Effekt. Nehmen wir mal an, der geht die Sache jetzt anders an und der sagt, ne ach, Charles Oliveira, der hat gar keine Chance. Seine Skills reichen nicht, um Islam zu schlagen, das ist einfach ein Versager, eine Nullnummer, der wird es nicht schaffen. Wenn es ein pfiffiger Reporter ist, der wird dir das Mikrofon dann in seine Richtung halten und sagen, hat Charles Oliveira nicht gegen dich gewonnen? Manchmal musst du einfach denjenigen oder kannst denjenigen nicht hängen lassen, der gegen dich gewonnen hat, weil du dann natürlich dementsprechend schwächer aussiehst. Ich sage nicht, dass das jetzt eine böse Absicht ist von Dustin Poirier oder dass er das mit Kalkül macht. Boah, den muss ich jetzt stark reden, weil ich keinen Bock habe auf unangenehme Fragen. Aber ich denke schon, dass man da einfach denjenigen, der einen selbst besiegt hat, automatisch stark aussehen lassen möchte, was natürlich auch clever ist. Davon abgesehen, Dustin ist in einer etwas schwierigen Position. Wenn er möchte, glaube ich, gibt es jede Menge, in Anführungsstrichen, Money-Fights, ich sage jetzt mal für uns Fans eher Fun-Fights, in die man ihn reinpacken kann, wo man sagt, man bekommt all das, was man sich erhofft für sein Geld. Auch UFC 300 hat er scheinbar im Blick. Da gibt es immer wieder Gerüchte, ob Nate Diaz eventuell zurückkehrt. Dana White hat erst vor kurzem offenbart, dass wenige Stunden vor UFC 295 Nate noch mit ihm telefoniert hat. Also, was, Stunden oder Tage? Also, kurz davor auf jeden Fall. Ich will jetzt hier nicht auch irgendwie Fake-News raushauen, aber bei all den Zahlen, da komme ich auch manchmal durcheinander, dass auf jeden Fall Nate sich mit ihm auseinandergesetzt hat. Also, noch nach wie vor nah dran ist an der UFC. Ein Fight gegen Dustin sollte schon mal zustande kommen, hat sich Dustin verletzt, konnte nicht antreten, hat Nate ihm auch immer schön dick aufs Butterbrot geschmiert. Auch ein Fight gegen McGregor, über den wir nachher im Video noch sprechen werden. Natürlich diese drei Fights, die wir schon hatten, von denen Dustin zwei gewinnen konnte, aber der letzte mit diesem Beinbruch. Ich glaube, es gibt jede Menge Fights. Die Frage richtet sich hier nur an den Anspruch von Dustin Poirier. Okay, möchte er Funfights bestreiten, jede Menge Geld verdienen oder sagt er, hey, diesen Stress, nicht nur für sich selber, sondern natürlich auch für seine Familie, seine Tochter wird immer älter. Will er sich den geben für Geld, was er, glaube ich, mittlerweile schon, gut, die Frage ist immer, wann hat man genug Geld, aber ich denke, er hat definitiv ausgesorgt. Macht er das dann noch, wenn er nicht der Beste der Welt werden kann? Wenn er selber nicht mehr davon überzeugt ist, kann ich Champion werden, kann ich die Nummer eins schlagen, hat er dann noch die Motivation, weiterzukämpfen. Dustin ist, da ist er 33, geht auf die 34 zu. Ich glaube, er hat noch vielleicht zwei richtig starke Jahre, die er raushauen könnte. Zeit in dem Sport hat er wahrscheinlich noch mehr, wenn er will, aber ich würde sagen, noch zwei richtig starke Jahre, aber da müssen natürlich die nächsten Fights auch dementsprechend sitzen. Die Gagey-Niederlage hat ihn jetzt wieder ordentlich zurückgeworfen. Ich glaube aber bei Poirier immer, dass man ihn durchaus auch in einen Titelkampf reinschmeißen kann und, dass er auch einen guten Fight abliefert, dementsprechend Gegenwehr liefert, aber ähnlich wie Colby, für den es jetzt Ende des Jahres heißt, jetzt oder nie, bei Dustin auch immer die Frage, wird er der ewige Zweite bleiben? Alex Perrier hat sich geäußert zu der Antwort von Isol Resani. Izzy hat ja einmal ein Bild gepostet, ein Meme-Bild von Alex Perrier ausgenockt mit einer Perücke auf dem Kopf und hat auch auf seinem YouTube-Kanal sich nochmal, hat die Reaction hochgeladen, wo er einfach nur gelacht hat aufgrund des Callouts von Alex Perrier. Und Alex hat gesagt, er fand das ziemlich respektlos, wie er darauf reagiert hat. Er glaubt, dass er, also er möchte Izzy auch, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, motivieren. Er sagt, so wie er selber motiviert wurde. Das ist ja die berühmte Geschichte, Izzy hat ein Interview gegeben, irgendwo draußen in der Bar sitzt jetzt gerade der Typ, Alex Perrier, der dann anderen erzählen wird, ja, ich hab ihn mal besiegt, er ihn da oben und von dieser Geschichte einfach ein Leben lang zehren wird. Und Alex sagt, das war für ihn Motivation, seinen Arsch hochzubekommen. Er meinte, er saß im übertragenen Sinne in dieser Bar, da sind wir gesehen, ist aufgestanden, hat gesagt, so ich will es jetzt. Und genau denselben Dienst möchte er jetzt Izzy erweisen, indem er ihn motiviert. Er weiß nicht, woran es liegt, er glaubt, das ist verschwendetes Talent, wenn er jetzt bis 2027 nicht kämpft und er hofft, dass er ihn damit motivieren kann und bei 205 und gegen ihn zu kämpfen. Er sagt selber, dass er das Gefühl hat, er hat ihn sehr respektvoll herausgefordert und dass das nicht respektvoll war von Izzy, wie er geantwortet hat. Ich weiß nicht, ob Komm zu Daddy jetzt auf der Liste der respektvollen Sachen für mich ganz, ganz weit oben steht. Natürlich, man sollte auch nicht zu soft sein und alles auf die Goldwahl gelegen, aber das ist jetzt nicht die Herausforderung, einfach nur Izzy, wo bist du? Oder Izzy, lass uns die Trilogie beenden beim MMA. Ey, das wäre vielleicht eine andere Nummer, aber da natürlich versucht er auch, den einen oder anderen Seitenhieb rauszuhren. Ich meine, das gehört irgendwo dazu, auch so wie Izzy geantwortet hat. Dass lässt Alex Pereira jetzt allerdings wenig Hoffnung auf diesen Fight haben. Für mich reagiert er da jetzt aber clever, weil mit diesem Callout gegen einen Fighter aus einer niedrigeren Gewichtsklasse, der aktuell auch nichts hat, also keinen Gürtel, den Alex unbedingt haben möchte, außer halt, eine Sache, die er hat, einen Sieg über Alex aus dem letzten Fight. Ich weiß, es steht insgesamt 3 zu 1, aber den letzten Kampf hat Adesanya gewonnen. Und das scheint ja Alex schon zu fuchsen, wenn er sich mit dem 3 zu 1 weniger gut zufrieden geben kann als Izzy. Ist das bei Izzy vielleicht noch vorgeschoben und auch der weint sich jede Nacht ins Kopfkissen? Kann ich jetzt nicht sagen, kann ich nur mutmaßt nicht glauben, aber der scheint relativ cool damit zu sein. Und wenn es insgesamt 3 Siege gegen einen Sieg steht, trotzdem fordert der mit 3 den anderen heraus. Ja, dann hat der mit dem einen Sieg definitiv was richtig gemacht. Noch dazu, Alex hat ja jetzt einiges, was Izzy haben möchte, unter anderem natürlich einen Titel in der höheren Gewichtsklasse. Alex hat das geschafft, was Izzy nicht gelungen ist, in der höheren Gewichtsklasse einen Titel zu holen. Pereira, gerade MMA-Karriere scheint ja so der ultimative Trolljob zu sein für Iszua Adesanya. Nicht nur, dass er Izzy entthront hat, ihn besiegt hat als erster Mann im Mittelgewicht, schlägt Blachowitsch, etwas woran Izzy gescheitert ist, unterholt sich den Titel. Das hat Izzy ebenfalls nicht geschafft. Rollt aber damit Adesanya auch im wahrsten Sinne des Wortes den roten Teppich aus. Wenn der Champion dich herausfordert, hast du immer was richtig gemacht. Also dann hast du definitiv ein gutes Ass im Ärmel. Dana war da nicht so 100% hinter und sagt, ja, nicht, dass wir es gar nicht machen würden, aber ob das jetzt der Fight ist, der unbedingt als nächstes kommt. Er zweifelt ein bisschen, ob Izzy überhaupt aufsteigen will. Natürlich geistert jetzt UFC 300 in den Köpfen. Und ich glaube, dass man Izzy durchaus mit einem, ich will nicht sagen geschenkten Titelkampf, aber einen Fight in dieser Gewichtsklasse hat er, den hat er verloren. Der ging schon um den Titel. Wenn er jetzt als Nicht-Titelträger noch eine direkte Chance bekommt, ja, dann ist das natürlich schon irgendwo geschenkt und eine Abkürzung. Mich wundert auch ein bisschen, die Wettquoten sind jetzt raus. Über Jamal Hill, über den sprechen wir gleich auch noch. Alex Pereira ist der Favorit über Jamal Hill, aber der Underdog gegen Izzy Ladisanya. Und wir reden ja hier von 205 Pfund. Bei 185 Pfund könnte ich es verstehen. Ein letzter Fight, Izzy hat gewonnen, hat Alex ausgenockt. Neue Gewichtsklasse. Da sah Alex, seine Nehmerqualitäten, die sahen gut aus. Natürlich war er auch ein Stück weit langsamer in der höheren Gewichtsklasse. Das bringt einfach mehr Masse mit sich, dass er nicht mehr ganz so flott ist. Aber da verstehe ich jetzt nicht zu 100 Prozent, warum Izzy, der Favorit, ist nicht jetzt riesengroß. Minus 185 zu plus 155. Aber dennoch, Izzy hat seinen letzten Fight verloren, hat mehrmals öffentlich angedeutet, Motivation aktuell nicht so 100 Prozent on point. Ich warte jetzt erst mal drei Jahre Pause. Alex Pereira knockt hier Yudipo Kaska aus, wird Champion und ist erst mal der Außenseiter. Merkwürdige Wahl der Quoten, wenn ihr mich fragt. Würde ich mir einen weiteren Fight zwischen den beiden gerne angucken. Hundertprozentig ist das sportlich gerechtfertigt, dass die beiden das jetzt im Titel im Halbschwergewicht austragen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe es gerade gesagt, Izzy hatte schon seine Gelegenheit. Man kann sagen, Alex hat die Gelegenheit wegen Izzy bekommen. Jetzt kann er ihm quasi den Gefallen erwidern. Aber ich glaube, alle anderen in dieser Gewichtsklasse, die wären relativ dumm aus der Wäschung und sagen, Moment mal, die können ja gerne eine Geschichte miteinander haben. Dann sollen die in einem Catchweight um die Goldene Ananas kämpfen. Dann lasst uns doch hier um den Titel weiter kämpfen. Rein sportlich, für die Leute, die sich in der Rangliste wirklich nach oben gearbeitet haben. Und damit kommen wir, weil es passt, in diese Gewichtsklasse zu Jamal Hill, der ja den Titel nicht verloren hat, sich die Achillessehne gerissen hat. Der Titel wurde quasi für vakant erklärt, erst mit Beginn dieses Fights. Und der hat sich auch geäußert. Einmal zum Finish, er sagt, er glaubt, ein bisschen früh wurde abgebrochen. Aber er sagt, ich habe beide beobachtet und er glaubt, keiner von beiden ist auf seinem Level. Und sobald er wieder gesund ist, und das ist hier natürlich das wichtigste Sternchen in der Nummer, kommt er zurück und wird direkt einen Titel holen und allen zeigen, dass er eigentlich der Bessere ist. Er glaubt nicht, dass Alex Pereira auf seinem Level ist. Er sagt, der hat einen guten Fight abgeliefert. Er hat das Bein kaputt getreten und hat die Ruhe bewahrt. Er hat auch gezeigt, dass du ihn nicht einfach packen und auf den Boden bringen kannst, nach Belieben, dass er da große Fortschritte gemacht hat. Er sagt, ja, definitiv aufregend, aber auf meinem Level, auf dem Champion-Level ist er nicht. Er glaubt nicht, dass er bereit für ihn sei. Jamal Hill ist eigentlich auch wieder ein entgegenkommender Fight für Alex Pereira. Ich sage das bewusst ein bisschen vorsichtig, weil Prochaska ja auch nicht nur versucht hat, sein Grappling einzusetzen, sondern es auch geschafft hat, Alex auf den Boden zu bringen, ihn dort zu halten und für mich, und ich glaube auch für alle drei Punkte-Richter, die Runde auch gewonnen hat. Ähnlich Jan Lachowitsch in der ersten Runde. Also es ist nicht so, dass Alex jetzt nur die Match-Ups gerade im Halbschwergewicht bekommt oder die Gegner sich darauf einlassen, nee, wir kämpfen einfach nur im Stand. Hill ist aber, glaube ich, einer, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hill versuchen wird, auf den Tank zu gehen, wenn er nicht muss, weil er irgendwie angeklingelt ist. Ich glaube, dass er das Ganze auch im Stand austragen möchte. Weil das Problem, in Anführungsstrichen, was ich bei Hill habe, und ich bin mir bewusst, er holt sich jetzt von der Verletzung, dass er da nicht topfit aussieht. Er sah da so ein bisschen erschöpft um seine Kinder rum aus. Und ich hoffe auch, ich meine, ich bin mir sicher, dass er keine deutschen Videos guckt, aber falls er das sehen sollte, dass er mir das dann nicht allzu übel nimmt, so wie es L. L. Wani übel genommen hat. Ich meine, na klar, ich bin nicht auf diesem Level und der sieht das Video natürlich nicht. Spaß beiseite, aber ich habe das Gefühl, dass er sich zwischen den Camps so gewichtstechnisch, ich will nicht sagen gehen lässt, aber nicht ganz so das professionelle Niveau hält. Ich versuche es vorsichtig auszudrücken, ohne dass ich da ein Faust-Sandwich bekommen würde von Jamal Hill, wenn der neben mir sitzen würde. Aber versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen unnötigen Ballast, den er dann mitzieht. Es gibt viele Fighter, die gehen zwischen den Camps deutlich nach oben. Was ich damit sagen möchte, ich glaube, Jamal Hill könnte ein noch deutlich besserer Fighter sein, und er ist ja jetzt schon ein guter Fighter als Champion geworden, wenn er auch zwischen den Camps, wenn er so konstant dieses Level halten würde. Glaube ich, würde ihm das gut tun. Jetzt, bei den Bildern sah er schon so aus, als ob der Weg vielleicht eher in Richtung Schwergewicht geht, aber gut, er hat jetzt auch eine Verletzung. Achilles Sehen-Abriss, das macht wahrscheinlich fast alle Formen von Cardio sehr, sehr schwierig für ihn, dass er da vielleicht nicht unbedingt in Kampfform sein kann. Lässt mich aber einfach auch an der Zeitlinie für sein Comeback zweifeln. Und ich glaube, dann ist es nicht unrealistisch, dass Alex Pereira vorher noch einen anderen Gegner bekommt. Wir haben noch einige Files, die jetzt anstehen. Wir reden nachher noch über UFC 297 ist es. Die Karte nimmt immer mehr Form an. Also wir haben ein Rakic gegen einen Blachowitsch. Wir haben Anka Laev gegen Johnny Walker, die im Januar aufeinander treffen. Also da bewegt sich einiges in dieser Division, auch in Richtung UFC 300. Sollte Hill nicht fit sein, wird er wahrscheinlich diese Gelegenheit verpassen. Und irgendein anderer springt auf den Zug auf. Ob es ein Izzy ist, ob es der Sieger von Jan gegen Rakic ist, mit einer geilen Performance, anschließend einem Callout. Ob es natürlich auch Anka Laev gegen Johnny Walker ist. Also wir haben viele Optionen im Leichtgewicht, im Leichtgewicht, im Halbschwergewicht. Leichtgewicht Alex Pereira, das möchte ich sehen. Jamal Hill muss natürlich hier aufpassen, wenn der Zulager ausfällt, dass der Zug nicht weitergefahren ist und die Leute ihn einfach vergessen haben. Kommen wir zur Dauerfäde Jake Paul und Dana White. Und Jake Paul wählt jetzt mal einen anderen Ansatz. Und ich nehme die News-Meldung mit rein. Einmal, weil ich es interessant fand. Das ist natürlich immer der wichtigste Faktor für ein Video, was ich mache. Aber auch, weil es glaube ich MMA-Bezug hat. Er sagt, es ist eine Schande. Also er hat einen anderen Ansatz. Jetzt nicht so sehr nur provozieren, sondern er versucht jetzt ein bisschen Logik mit reinzubringen. Er sagt, Jones gegen Gano ist jetzt noch größer, als zu dem Zeitpunkt, als Francis noch in der UFC gewesen ist. Beide Kämpfer würden locker 20 Millionen plus machen. Und wenn du mit Showtime den May-Mack, also Connor gegen Mayweather-Fight, co-promoten kannst, warum dann nicht mit der PFL? Warum sollte das nicht gehen? Stellt er da in Frage an Dana White gerichtet. Dana hat ja ganz klar gesagt, es kam nochmal die Frage, der hat er, glaube ich, als dümmste Frage des Abends bezeichnet. Da hat er gesagt, ich bin nicht mehr interessiert, diesen Fight zu machen. Wir haben versucht, diesen Kampf zu machen, aber Francis kämpft hier nicht mehr. Ich bin nicht interessiert. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Natürlich ist das ein absoluter Money-Fight. Aber, und das ist jetzt dieses aus dem Fenster lehnen, es gibt selbst bei Dana White Sachen, die ihm, glaube ich, wichtiger sind als Geld. Jetzt muss ich den ganzen Fallen und den Hasskommentaren ausweichen. Ja, ich glaube, dass sich Dana auch nicht immer maximal nur nach der Kohle richtet. Einmal, er hat natürlich genug. Und zum anderen, das ist jetzt rein für die UFC einfach auch eine politische Sache mit Francis Ngannou. Dass die Firmenpolitik damit jetzt nicht komplett auf links gedreht werden darf, nicht überrumpelt werden darf, dass es vor allen Dingen keine Nachahmer gibt. Denn wenn man Francis jetzt genau das gibt, was er möchte. Zum einen, Francis hat betont, ich unterzeichne nur einen Kampfdeal. Wir machen gutes Business, wir verdienen alle ganz viel Geld. Was hat die UFC als Promotion davon? Nehmen wir mal den Namen. Sagen wir, die verdienen 500 Millionen an diesem Abend. Cash-Einnahme als Plus. Nicht mal Umsatz, sondern wirklich Gewinn. 500 Millionen. Aber, sagen wir mal, Francis gewinnt. Dann wurde der Schwergewichtschampion der UFC von einem, der nicht mehr in der UFC ist. Und die UFC, glaube ich, schreibt sich immer auf den Deckel, wir haben die besten Fighter der Welt, besiegt, vielleicht sogar ausgenockt. Und verlässt danach die Promotion. Zack, nimmt den Gürtel mit und sagt, selbst wenn der Gürtel da bleiben muss, ich bin der legitime Champion. Alle danach sind nur Paper Champs. Wahnsinniger Imageschaden für die UFC, hat man beständlicherweise keinen Bock drauf. Anderer Faktor, man will keine anderen Fighter, die in Francis' Fußstapfen treten. Ich bin mir sicher, dass Dana jetzt auch mehr oder weniger Schulterzucken raushaut und sagt, ja gut, soll Francis mehr oder weniger auch Erfolg haben. Vielleicht fuchst es ihn ein bisschen. Aber man will wenigstens nicht noch selber daran beteiligt sein. Man will den anderen Fightern zeigen, wenn ihr euch gegen uns entscheidet, dann, so a la NWO, gegen uns for life. Dann gibt es auch keinen Weg zurück. Ist die Tür einmal zu, ist das Wort gefallen, der Hammer hat draufgehauen und das war's. Man möchte nicht andere Fighter, die dann auch sagen, na warten wir mal ab. Wenn es gutes Business ist und ich mich gut schlage, wird die UFC schon wieder anklopfen. Das will die UFC in jedem Fall komplett im Keim ersticken und darum werden sie da glaube ich schon keinen Fight promoten. Das müsste schon lächerlich viel Geld sein. Da reden wir von Milliardengewinn, dass die UFC vielleicht drüber nachdenkt. Einfach weil dann natürlich irgendwann der Druck von den Investoren zu groß wird, dass man sagt, ja spring mal mal in den Schatten. Scheißegal, ob andere glauben, die können das auch machen. Wenn wir da eine Milliarde reingewinnen machen, dann machen wir das. Aber so bei diesen Zahlen glaube ich nicht, dass Dana da sofort sagt, ich springe mit drauf. Francis hat das geschafft, was vielleicht viele ihm auch nicht zugetraut haben, diesen großen Fight. Ich hab's auch nicht gedacht, dass er diesen Fight wirklich bekommt gegen Tyson Fury. Ich gönne es ihm. Aber da möchte die UFC jetzt definitiv nichts mehr dazu beitragen, dass er noch mehr Erfolg hat, dass man sich doch nochmal mit ihm an einen Tisch setzt, Das würde glaube ich nur funktionieren, wenn Francis sagt, ich unterzeichne einen langfristigen Vertrag mit der UFC, wo ich wieder sämtliche Rechte aus der Hand gebe. Und das kann er eigentlich nicht machen, weil er sich da komplett widersprechen würde. Und auf der anderen Seite, wenn er sagt, ich hab mehr Geld verdient in diesem Fight als in meiner gesamten Karriere davor, finanziell muss er es auch nicht mehr. Juliana Peña entschuldigt sich bei den Fans für diese Zumutung eines Titelkampfs. Ich sag, tut mir leid, dass ihr euch das jetzt ansehen müsst, diesen Fight zwischen Pennington und Silva. Aber die halten den Gürtel eh nur warm für mich. Wenn ich zurückkomme, dann werde ich, unabhängig davon, wer den Gürtel hält, sie sagt, sie glaubt, dass es Pennington schaffen wird, weil sie ja von mehr Erfahrung hat. Aber der werde ich dann sowieso wieder den Gürtel abnehmen. Ich bin diejenige, die hier eigentlich Champion sein sollte. Das ist für mich auch exemplarisch. Also generell, Penia, ich bin ein Fan von ihr. Ich finde, sie ist jetzt vielleicht, was die Eleganz betrifft, nicht die eleganteste Fighterin in der UFC. Aber sie hat Herz, trägt das Herz auf der Zunge. Sie ist eine toughe Lady. Ich weiß, tough nimmt man normalerweise nur als Kompliment, wenn man gut einstecken kann, aber nicht unbedingt technisch jetzt so wahnsinnig versiert ist. Aber Penia ist einfach eine sehr, sehr harte Nuss zu knacken. Sie macht dazu das, was viele Damen nicht unbedingt können oder vielleicht auch nicht unbedingt machen wollen, auch mal einen Spruch rauszaubern, ein bisschen was zu drücken. Sie versucht einfach, Promo zu machen, als sie gegen Amanda Nunes auch versucht. Also ich habe nichts gegen Penia, ganz im Gegenteil. Aber zwei Punkte. Zum einen, es ist schon sehr arrogant zu glauben, dass die ganze Gewichtsklasse jetzt auf sie warten würde. mit dem Titelkampf und sie alles andere als Zumutung feststellt. Zum zweiten Punkt, sie hat aber trotzdem irgendwo recht. Das zeigt für mich auch nicht, natürlich, Amanda Nunes ist absolut dominant, aber es mangelt so ein bisschen an den Herausforderern. Herausforderern in dieser Division. Weil jetzt ist ein langjähriger Champion weg und wir haben gefühlt fast niemanden, der sich als direkten Titelkandidaten aufdrängt. Ich glaube, mit viel Hängen und Würgen hat man jetzt diesen Titelkampf, der auch nicht so viele Leute interessiert, zusammengestellt. Und so ja die einzige mit halbwegs Profil, sage ich mal, in der Top 5, lassen wir mal Holly Holm und ihre Erfolge kurz außen vor, die Dame ist mittlerweile auch schon über 40, ist halt Penia. Wenn sie den Gürtel holt, welche Fights sind da, wo man sagt, boah, alles klar, das ist der Fight, auf den ich mich richtig freue. Also wenn ich mir die Damen-Division angucke, ich würde Valentina Shevchenko dringend raten, nach dem nächsten Fight gegen Grasso, der wahrscheinlich kommen wird, eine Gewichtsklasse aufzusteigen und versuchen in dieser Gewichtsklasse, im Bantam-Gewicht gefühlt, wo der Thron komplett frei ist und auch nicht wirklich Anwärter davorstehen und sagen, ich will als nächstes die Krone aufsetzen, da reinzugehen. Weil es ist wirklich exemplarisch, wenn man mit Hängen und Würgen gerade so einen Titelkampf zustande bekommt. Nennt mir eine andere Division, nennt mir eine Division der Herren in der UFC. Wenn der Champion jetzt ausfallen würde, wo ihr nichts sagen könntet, die beiden nehmen wir und die liefern dann einen geilen Fight ab für einen Interim-Titelkampf oder für den rechtmäßigen Gürtel. Werdet ihr wahrscheinlich nicht finden. Zeigt in welchem Zustand, vielleicht auch durch den Weckern von Emmanuel Nunes, aber vielleicht auch generell, einige Damen-Divisionen in der UFC sind. Es gibt hier auch Divisionen, da ist wahnsinnig viel Talent. Da sind einige, wo ich sage, die kannst du direkt gegeneinander packen, aber ich will nicht sagen, Band am Gewicht der Frauen ist tot, ähnlich wie das Federgewicht. Aber es hängt definitiv schon an der Beatmung. Paddy, the baddy, Pimplet. Sprechen gleich über den Fight gegen Toni. Erstmal hat er, ja, ich weiß gar nicht, ob es Insider-Informationen sind. Das ist immer das berühmte, ich hab was gehört. Ja, dann ist so, ich hab einen Kumpel, der hat einen Freund, dessen Mutter hat eine Schwester und deren Putzwort ein Papagei und der hat mitbekommen. Ja, geile Geschichte. Ich brauch Videomaterial, Fotos und Aussagen von direkt Beteiligten. Dann können wir damit was anfangen. Aber was hat er überhaupt gesagt? Er sagt, er glaubt nicht, dass Ian Gary einen Titelkampf verdient hat gegen Leon Edwards und nach dem, was er gehört hat, wurde Ian Gary sowieso im Training ausgenockt von Leon Edwards. Ja, diese berühmten im Training Geschichten, also eigentlich, was im Trainingsraum passiert, bleibt im Trainingsraum. Gut, weder Leon Edwards noch Ian Gary haben jetzt hier irgendwie ein Wort darüber verloren. Paddy haut's jetzt quasi raus, auch ohne Angabe einer Quelle. Das ist für mich auch so eine, natürlich kann das noch so eine gewisse Kontroverse kreieren, wenn so ein Fight wirklich zustande kommt. Ja, damals im Trainingsraum, dann wird's nochmal interessanter, aber am Ende des Tages ist Training. Also erwarte ich es. Ich war gestern, ich will mich immer nicht vergleichen mit den Fightern, ich bin da sehr, sehr weit weg vom Skill-Level, aber ich war gestern auch beim Training. Wisst ihr, wie oft ich getappt wurde? Ja gut, jetzt bin ich vielleicht auch einfach schlecht, aber für mich gehört das zum Training dazu, dass du vielleicht nicht ausgenockt wirst, aber im Stand zumindest Treffer kassierst, dass du beim Grappling getappt wirst. Das ist Training, deswegen macht man's doch, oder? Das nur am Rande. Eigentlich wollte ich bei Paddy über Tony Ferguson sprechen, weil Paddy ist sich durchaus, er sieht das durchaus realistisch. Und er sagt, ich weiß, also einmal hat er viel, viel Lob über für Tony, sagt er ist ein gefährlicher Typ und er kann jeden finishen und wenn man sich die Fights anguckt, er sagt gegen Gagey, den hat er mit dem Uppercut auf den Boden gesetzt, Michael Chandler in der ersten Runde, Bobby Green in der ersten Runde, das ist nach wie vor ein Fighter, auf den musst du verdammt aufpassen. Der ist nicht irgendwie schon mit einem Fuß im Grab, das ist ein sehr gefährlicher Gegner. Er ist sich aber bewusst, dass es für ihn eine Loose-Lose-Situation ist. Er sagt, wenn ich, wenn ich gegen ihn gewinne, werden alle sagen, Tony ist doch am Ende, sechs Niederlagen am Stück, gegen wen hast du da gewonnen? Und wenn ich verlieren sollte, dann ist halt, boah, der wurde von einem Tony, der am Ende ist, das verändert sich ja dann nicht, besiegt. Der ist nichts wert, der ist absolut schlecht. Also selbst wenn er gewinnt, hat er nichts gewonnen in den Augen vieler Fans. Und über die Situation ist er sich sehr wohl bewusst, aber, und jetzt kommt halt der Punkt, wo viele natürlich jetzt die Frage stellen, okay Paddy, warum nimmst du den Fightern an? Macht scheinbar nicht so viel Sinn für dich, wenn du in einer Loose-Lose-Situation bist. Er sagt, ich spiele das Spiel der UFC mit. Die bieten mir einen Fightern, ich lehne den nicht ab. Das habe ich bisher noch nie gemacht und das werde ich auch nicht machen. Die UFC kommt mit einer Idee, das ist in diesem Fall ein Name gewesen. Ich sage, alles klar, machen wir und habe unterschrieben. Dana ist dafür bekannt, solche Fighter, die nimmt er mit Kusshand. Die liebt er, die einfach nur Ja und Amen sagen und machen wir diesen Fight. Verstehe ich. Vielleicht jetzt nicht unbedingt als Fan, aber als Promoter würde ich auch sagen, boah, die Kämpfer, die gar nicht gucken wollen, welcher andere Fighter steht denn auf der Linie, sondern einfach nur ich unterschreibe. Meinetwegen, hol mir zehn Verträge blanco, die unterschreibe ich alle und setze dann einfach die Gegnernamen ein. Natürlich sind das die liebsten Geschäftspartner, mit denen du ins Gespräch kommen kannst, weil du da gar nicht viel diskutieren musst. Ist das clever, wenn man irgendwann auf ein gewisses Niveau kommt, weil man dann vielleicht auch abpassen muss? Vielleicht nicht unbedingt, aber auch aus Fansicht muss ich sagen, natürlich feiere ich solche Kämpfer. Die sagen mir, egal wer, wenn die UFC mir den Weg ebnet, dann sei es so, wenn die mir jetzt schwere Gegner wollen, dann ist es halt auch so, ich kämpfe einfach, das ist mein Job, darum bin ich hier. Wird kein einfacher Fight für Paddy the Baddy, weil er sagt es, Lose-Lose-Situation, aber sein Wert in der UFC, glaube ich, wird nicht geschmälert werden, wenn er jetzt nur gegen Tony Ferguson gewinnt. Ich glaube, dann hat er vielleicht auch diesen großen Namen als Sieg auf seinem Kampfrekord und sein Weg wird in der UFC weitergehen. Interessant wird es natürlich, wenn er diesen Fight gegen einen fast 40-jährigen Tony Ferguson verliert, weil Paddy hat für mich natürlich vor allen Dingen große Vorteile mit seiner Jugend, seiner Explosivität, vielleicht den Nehmerqualitäten, Geschwindigkeit, Power. Wenn es einen wilden Schlagabtausch gibt und es gibt ein Hin und Her, bam, bam, beide Lattentreffer, würde ich eigentlich immer zu dem jüngeren Mann tendieren. Schauen wir mal, wie der Fight ausgeht, kommt noch im Dezember. Die Card ist auch richtig gespickt mit absoluten Top-Fights. Da haben wir nochmal einen richtigen Leckerbissen zum Ende des Jahres. Über Tony sprechen wir aber ebenfalls noch. Haben sich ja jetzt zumindest schon zwei, ein aktiver und ein ehemaliger Fighter geäußert zu diesen Trainingsmethoden von Tony Ferguson mit David Gorgens. Ich habe ja auch schon ein Video dazu gedreht und ja, gesagt, ich verstehe natürlich, dass er als Motivationscoach eine Rolle spielt, hoffe aber, dass er da jetzt nicht involviert wird, um irgendwie Tony beim Striking zu helfen oder irgendwelche kampfrelevanten Ratschläge zu geben. Aber so scheint es auch nicht zu sein. Ich habe mir da jetzt mal ein Interview angeschaut von David Gorgens oder eine Aussage, die er hochgeladen hat. Sehr interessant, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Reden wir erstmal über RDA. Der hat den Stein ins Rollen gebracht und er glaubt, also er sagt, ich habe auch das Training gesehen von Tony mit David Gorgens und er glaubt, dass diese langen Workouts, diese langen Märsche, diese Hell Week, darüber sprechen wir gleich, dass das Tonys Fitnesslevel, Fitnesszustand nicht helfen wird. Er glaubt, ganz im Gegenteil, es wird ihn langsamer machen und er glaubt, dass diese mentale Stärke, für die David Gorgens da wäre, dass Tony die gar nicht braucht, weil er sehr stark ist, mental. Jail Son hat sich dazu geäußert und er sagt, nee, habe ich auch gesehen, ich denke ähnlich. Er glaubt zwar, dass Gorgens einen positiven Effekt hat, aber er will mehr hören von RDA, von seiner Meinung und RDA tut ihm auch diesen Gefallen und er sagt, wenn wir Fighter älter werden, dann müssen wir einfach weniger arbeiten in einigen Aspekten, halt einfach smarter. Wir haben nicht mehr die Energie wie jüngere Fighter, wir können nicht mehr genauso viele Trainingsanlagen machen mit der gleichen Intensität, dann müssen wir uns fokussieren auf spezifisches Training. Das sagt hier RDA und er sagt, wir kämpfen 15 bis 25 Minuten. Wir brauchen keine ein bis zwei Stunden Workouts, um uns darauf vorzubereiten. Wir brauchen kurzes und ganz spezifisches Training dafür. Er sagt, Gorgens hat einen positiven Effekt, aber von dem, was ich gerade sehe, machen die zu viel. Wäre ich als Nichtathlet RDA grundsätzlich seiner Meinung, ich glaube, das hat auch GSP gesagt, ich will nicht wissen, was für ein Tempo ich gehen kann eine Stunde lang in einem MMA-Käfig oder sieben Minuten oder zwölf Minuten. Wenn ich ein 15-Minuten-Fight habe, will ich wissen, was für ein Tempo kann ich, was für ein hohes Tempo kann ich 15 Minuten gehen oder 25 Minuten, wenn es ein 25-Minuten-Fight ist. Dafür trainiere ich schlussendlich. Deswegen glaube ich auch immer, dass das bei einigen unterschätzt wird. Viele sagen ja, ja, das sind Athleten. Ob jetzt ein Drei-Runden- oder ein Fünf-Runden-Fight, was macht das für einen Unterschied? Und ich glaube schon, dass der Unterschied teilweise signifikant ist, ob du dich auf 15 Minuten oder auf 25 Minuten einstellst. Du kannst ein ganz anderes Tempo gehen bei 15 Minuten, gehst das vielleicht auch, als wenn du 25 einplanen musst. So, wo ich jetzt aber Tony ein bisschen zur Seite springen möchte, beziehungsweise David Goggins. Die beiden haben diese Hell Week, diese Höllenwoche, der, ich glaube, es ist der Navy Seals bei den Amerikanern, nachgemacht. Das ist eine Woche voller Training, voller Kälte, halt Ausdauer auch lange am Stück. Tony hat ja auch Videos hochgeladen, wo er sich übergeben hat. Darum ging es. Und David Goggins hat gesagt, nach dem ersten Tag oder nach dem zweiten Tag ist er nach Hause gekommen zu seiner Frau und hat gesagt, morgen hört er auf. Der Typ ist durch. Der ist am Ende. Er hat es in seinen Augen gesehen. Der ist kurz davor, aufzugeben. Aber er sagt nein. Tony, am nächsten Tag hat er ihn überrascht, war weiterhin da und irgendwann gab es diesen Moment, da war er voll am Ende und da gab es ein Lächeln. Und David Goggins, dann El Kukui, war wieder da. Also er ist aus diesem Tal rausgekommen und hat als erster, mit dem er das gemacht hat, das sind die Worte von David Goggins, diese Höllenwoche überstanden. Alle anderen davor, alle anderen Fightern. Er sagt, er hat es schon mit einigen Fightern gemacht. Und bei jedem gab es dann irgendeine Begründung. Jeder hatte irgendwie, an dem Tag kann ich nicht, irgendwas ist immer bei jedem dazwischen gekommen. Er sagt bei Tony nicht, Tony hat es komplett durchgezogen. Deswegen glaube ich, die Bewertung hier ist vielleicht jetzt nicht fair, weil es diese Hell Week war, die ja darauf abzielt, einfach sehr, sehr lange Audio, sehr, sehr lange Cardioeinheiten zu machen, gepaart halt mit, weiß ich nicht, was für Schmerzen, Kälte und die sind da ja irgendwie auch bis zur Hüfte oder legen sich auch komplett ins kalte Wasser, alle Arm in Arm. Da geht es einfach darum, jemanden zu brechen. Und Tony wurde nicht gebrochen. War das hier das Problem von Tony, dass er gebrochen wurde oder nicht? Eigentlich bin ich da bei RDA. Das Mentale war nicht sein Problem. Wenn man sich aber die letzten Fights anguckt, nehmen wir mal gegen Charles, dieser Arm war. War es ein, ich glaube, ein Heelhook gegen Benil, dass er da nicht getappt hat. Eigentlich unvernünftig und auch unglaublich. In den letzten Fights, sowohl gegen Nate als auch gegen Bobby Green beide Male getappt. Eigentlich untypisch für Tony in einem Fight, wenn er nicht bewusstlos wird, zu tappen. Er hat nicht mal getappt, als er kurz davor war, dass ihm Arm und irgendwie ein Stück vom Bein gebrochen wird. Warum sollte er davor zurückschicken, bewusstlos zu werden? Vielleicht ein Fingerzeig darüber, hey, Tony war da vielleicht nicht mehr in der mentalen Verfassung wie in seiner Pride. Alles jetzt von mir, viel Blabla und viele Mutmaßungen. Ich will eigentlich Tony und David Goggins hier ein bisschen vom Haken nehmen, dass das jetzt bewusst in dieser Hell Week so viel Training war. Ich glaube nicht, dass die jetzt in der Vorbereitung auf dem Paddy Fight jeden Tag so trainiert haben. Dann wird Tony wahrscheinlich in einem Rollstuhl zum Käfig gebracht werden, weil er keine Power hat, um da überhaupt einzusteigen. Ich bin sehr gespannt, in was für eine Verfassung Tony auftauchen wird. Ich glaube nach wie vor, dass sein Körper, was Nehmerqualitäten angeht, einfach nicht mehr das Level halten kann. Aber diese mentale Stärke jetzt, durch diese Hell Week durchzugehen, ja, das könnte vielleicht, vielleicht ist es auch nur ein Hoffnungsschimmer. Ich meine, ich habe auch nichts gegen Paddy, aber ich glaube, die meisten von uns wünschen Tony einfach nur diesen entspannten Ritt in den Sonnenuntergang. Damit kommen wir zu Leon Edwards. Dafür habe ich auch immer das Inhaltsverzeichnis. Ich würfel das immer durcheinander, wann kommt welches Thema. Also ich habe es jetzt nicht bewusst weiter nach hinten gepackt, damit ihr bloß alle das Video guckt. Schaut einfach immer ins Inhaltsverzeichnis. Springt direkt zu den Teilen, die euch interessieren. Leon Edwards plant Großes. Als erster Fighter aus England, Großbritannien, möchte er Champ, Champ werden und richtet sein Augenmerk natürlich auf den Titelkampf bei UFC 297, Sean Strickland gegen Drickus Duplessis und möchte dann den Sieger herausfordern. Er sagt, ich bin ein großer Bursche, ohne den Weightcut, das ist vielleicht wieder das, was ich am Anfang bei Sterling angesprochen habe. Nur den Weightcut weglassen, glaube ich, dass es reicht und sagt, ja, dann würde ich bei UFC 300 gern um diesen Gürtel kämpfen und man glaubt, das würde eine gute Show abliefern. Rechnet sich selbst auch gute Chancen aus. Strickland, Sean Eyre als Striker kommt ihm da wahrscheinlich entgegen. Dazu auch ein Mann, der schon mal im Weltergewicht gekämpft hat. Jetzt natürlich körperlich angepasst an diese Gewichtsklasse. Ein Duplessis, gerade mit seinem Grappling, glaube ich, könnte eine schwierige Nummer werden für einen Fighter, der aufsteigt. Aber gut, lassen wir das erstmal. Leon Edwards hatte für mich die Gelegenheit, richtig raketenartig abzuheben. Diese Nummer bei dem ersten, bei dem zweiten Fight, sorry, der erste Fight, dann hat ja Usman gewonnen, bei dem zweiten Fight mit dem Headkick-Knockout. Für mich wurde da wirklich so ein Star geboren mit dieser Ansprache vom Coach in seiner Ringecke, dieses Hör auf dir selbst leid zu tun und ein Tritt den Arsch wollte er ihm einfach geben und kommt dann so zum Schluss zurück, dann noch mit diesem Pound-for-Pound-Hedge und hört er ja auch immer im Outro. Da war für mich eigentlich so ein Star ist geboren, diese Abschlussansprache mit Joe Rogan, legendär, wie ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mir das anhöre, also super, da hat alles gepasst. Für mich hat er dann im Anschluss schon so ein bisschen den Ball nicht so weiter gedribbelt. Es wurde dann so ein bisschen ruhig, gut, dann gab es diesen Rückkampf, den hat er gegen Musman auch nochmal gewonnen, seine Leistung bestätigt, dann gab es jetzt so ein relativ langes Hin und Her. Wird es Colby, wird es nicht Colby, schlussendlich ist es jetzt Colby geworden. Bei der Pressekonferenz jetzt wieder die Chance fehlt. Ich meine mit Abliefern oder im Rampenlichtbleiben nicht, dass er jetzt Trash Talk machen muss. Aber einfach schauen wir uns mal an, wie zum Beispiel die Präsenz, gerade auch bei Social Media von Alex Pereira. Der macht, obwohl er die Sprache nicht spricht, versucht er doch dem nordamerikanischen Publikum, auch dem europäischen Publikum, irgendwie nahe zu kommen. Gibt ganz viele Interviews. Ich glaube, seine Freundin ist ja auch deutsch. Ich glaube, bei irgendeinem deutschen Kanal hat er auch ein Interview gegeben. Also ist er einfach sehr präsent, lädt selber Reaktionen hoch. Bei Leon Edwards einfach alles ein bisschen ruhiger. Hätte die Gelegenheit für mich gehabt, damit komplett abzuheben. Das nur vorab, nur bei Leon Edwards. Ich glaube, das war eine etwas verpasste Chance. Davon ab trotzdem, steht in seiner Prime, ist ein sehr, sehr guter Fighter, der sich einfach entwickelt hat. Vielleicht ähnlich wie bei Charles Oliveira, ein Fighter, wo man zu einem Zeitpunkt der Karriere nicht unbedingt gedacht hat, dass er mal Champion-Material wird, aber jetzt alle Sachen sehr, sehr gut zusammenbringt. Natürlich gegen Colby muss er das nochmal bestätigen, ist ein sehr unangenehmer, ein sehr schwieriger Gegner, aber ich sehe auch hier Chancen für Leon, diesen Fight zu gewinnen. Dann kommen wir zu dieser Champ-Champ-Nummer. Das ist irgendwo natürlich auch ein Monster, was die UFC selbst kreiert hat. Dass Fighter, das jetzt natürlich alle machen wollen, dass alle diese Gelegenheit machen wollen. Und hey, ich als Kampfsport-Fan, warum soll ich mich gegen coole, interessante Fights wehren? Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die UFC an einigen Punkten sich immer weiter entfernt von einem sportlichen Wettkampf, von einem Wettbewerb, wo man wirklich sagt, hier herrscht das absolute Leistungsprinzip. Das war immer so, dass die UFC als Promoter natürlich versucht, interessante Fights auf die Beine zu stellen. Aber je mehr man von diesen Champ-Champ-Fights macht, desto inflationärer wird die ganze Nummer, desto weniger Wert hat das, wenn gefühlt fast jeder, und das ist jetzt kein Diss in Richtung Leon Edwards, aber er hat den Titel einmal verteidigt. Das ist jetzt seine zweite Titelverteidigung. Jemanden dann direkt zu pushen. Da spreche ich jetzt entgegen auch meinen Interessen als Fan, weil natürlich ist das ein spaßiger Fight, wenn wir Champion gegen Champion sehen. Leon Edwards meinetwegen dann gegen Sean Strickland. Aber ist das sportlich verdient? Für mich als, und ich bin ja jetzt auch nicht, wer weiß wie lange, ich war jetzt auch nicht bei UFC 1 schon mit dabei, aber ich schaue jetzt UFC, wann habe ich 2010, 2011, richtig regelmäßig jedes Event bin ich mit dabei. Mittlerweile auch schon an die 12, 13 Jahre. Und früher war es dann halt wirklich noch so, boah, da hat man lange gemunkelt über, machen wir jetzt ein Fight von einem GSP gegen einen Silver. Schlussendlich kam der leider nie. Das ist auch natürlich ein Mist, wenn so ein Fighter nie zustande kommt. Jose Aldo hat mal ganz klar gesagt, nein, gegen Pettis darfst du nicht kämen, also den Fight wollen wir nicht machen. Also da hatte das noch so was, ein sehr, sehr dominanter Champion, Jose Aldo, GSP, bekommt die Gelegenheit, dann irgendwann aufzusteigen. Und heute vermisse ich das ein bisschen, dass ein Fighter wirklich seine eigene Gewichtsklasse komplett erstmal abwatscht, aus dem Weg räumt, zumindest vier, fünf Leute aus den Rankings bezwungen hat. Es wird immer einen neuen Fighter geben. Es wird immer den nächsten Star geben. Aber wenn sich jetzt natürlich Leon Edwards hinstellt und sagt, ja, es gibt für mich keinen interessanten Fight im Weltergewicht, da sage ich ihr, da sehe ich einige interessante Fights für ihn. Ob das jetzt jedes Mal sportlich irgendwie, ob jetzt unbedingt Gilbert Burns nochmal einen Fight bekommen sollte gegen ihn oder ob Belal-Mumad jetzt ein super spektakulärer Fighter ist. Aber das sind gute Herausforderungen für ihn. Und gerade Belal hat es mit seiner Siegesserie auch eigentlich verdient, um den Titel mittlerweile zu kämpfen. Rachmanov haben wir noch in dieser Gewichtsklasse. Also als interessanter Fight, als große Herausforderung, was will man mehr als einen Mann, der bisher jeden gefinisht hat? Also ich glaube, es gibt noch genug Gelegenheiten, um sich zu beweisen im Weltergewicht. Aber ich verstehe auch, die UFC hat es in Gang gebracht, dass man da schwach wird und dass man die Gelegenheit haben möchte. Und andere machen es ja auch. Und mit diesem Champ-Champ-Status, dann kommt man natürlich ganz schnell in einen exklusiven Klub. Frage ist, wie lange ist dieser Klub noch exklusiv, wenn gefühlt fast jeder zweite Champion diese Gelegenheit bekommt? Dann springen wir vielleicht jetzt zehn Jahre in die Zukunft und dann ist dieser Klub, der jetzt noch recht elitär war von zweifach Champions, ja dann sind da vielleicht schon, keine Ahnung, 30 Fighter drin. Ja und dann wird es nicht mehr so elitär. Da muss man wahrscheinlich irgendwann bald einen dritten Titel holen. Was ist Oldschool mäßig? Mit den Leuten passiert, die einfach sagen, ich räume meine Division komplett auf und wenn ich das geschafft habe und wirklich, ich habe von Platz 1 bis 5, 1 bis 6, 1 bis 7 alle besiegt. Jetzt stehen nur noch Rückkämpfe für mich an, dann steige ich auf. Champ-Champ, Double-Champ nennt es wie ihr wollt, da darf natürlich ein Mann nicht fehlen, Conor McGregor. Sein Coach, John Kavanagh, war in der MMA-Hour zu Gast, hat auch über Johnny Walker gesprochen, er hat ja mehrere Fighter, die er betreut, aber halt auch über Conor McGregor. Und er sagt, wir haben auf den April gehofft und das wurde uns auch so mitgeteilt, wurde uns auch gesagt, dass man das anpeilt, aber jetzt sieht es scheinbar so aus, als ob man doch den Sommer wieder anpeilen würde. Er sagt, April war das Ziel, ist jetzt natürlich wieder so ein kleiner Stock zwischen die Beine geworfen, dass wir jetzt doch erst dann im Juli wahrscheinlich International Fight Week kämpfen sollen. Er sagt, okay, ist natürlich wieder ein kleiner Schritt zurück, aber April oder Juli ist jetzt am Ende des Tages auch nicht die Welt. Und deswegen kann man damit leben. Gut, welche andere Wahl hat man? Conor hat es ja mehrfach schon gesagt, er ist nicht derjenige, der das auffällt. Er ist nicht derjenige, der das ausbremst und sagt, ich will nicht kämpfen. Scheinbar ist die UFC hier wirklich so drauf, dass man sagt, wir wollen Conor McGregor so lange wie möglich behalten. und wenn wir jetzt sagen würden, vielleicht reden wir mal mit offenen Karten, sagen wir Dana und die anderen Matchmaker hinter verschlossene Türen sagen, pass mal auf für uns, Conor ist am Ende, Conor ist durch. Der wird gegen einen Qualitätsgegner wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Wollen wir ihn jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, verbraten und wir machen jetzt in einem Kalenderjahr drei, vier Fights, die verliert er alle, dann ist er bedeutungslos und dann wird er vielleicht auch nicht mehr gut verkaufen. Nein, wir lassen den maximal einmal im Jahr kämpfen. Dann können wir vielleicht, wenn er einen von diesen Fights gewinnt, streckt sich das wieder länger, aber selbst wenn er zwei, drei verliert, haben wir noch drei Jahre was von ihm. Und vielleicht verkaufen sich diese Pay-Per-Views dann auch dementsprechend besser, wenn er nur einmal im Jahr kämpft, als alle drei, vier Monate. Conor ist vielleicht da einfach Opfer seiner eigenen Popularität geworden, dass er nicht mehr so häufig kämpfen kann. Kann sein, dass die UFC so denkt. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht auch nicht gerecht, Conor war ja jetzt einfach auch verletzt. Konnte nicht früher zurückkehren. Das Bein musste heilen, zudem gab es die Nummer mit Usada, dass er da gar nicht im Testpool war. Dort ist er jetzt wieder drin, wurde getestet. April würde für ihn funktionieren. Ich habe da ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ich meine auch das, Kevin dann sagt das jetzt, es steht noch nicht geschrieben. Die UFC kann sich da relativ schnell umentscheiden. Ich glaube, die Frage ist hier, welche anderen Alternativen hat man. Hat man keinen guten Titelkampf für diese Card, sei es durch Verletzung oder sei es, weil vielleicht die Titelträger nicht so attraktiv sind für die größte Card des Jahres der UFC, glaube ich, greift man gerne auf Conor McGregor zurück. Wenn man zwei, drei Titelkämpfe hat und dementsprechend große Namen, denkt man sich vielleicht auch, wofür brauchen, also was heißt wofür, Conor wird natürlich unglaublich ziehen und verkaufen, aber Conor wird auch verkaufen auf 301, 302, 303, whatever. Und weil man bei UFC 300 quasi verpflichtet ist, man muss eine gute Card auf die Beine stellen, weil einfach zwei Nullen mit dabei sind, da wird es mehrere Hochkaliber-Fights geben. Warum Conor auf dieser Card verbraten? Warum nicht ihm einfach eine schlechtere Card geben, wo fast nur Conor drauf ist und ja, natürlich jetzt auch, er kämpft nicht alleine, da kommen schon noch neun oder zehn andere Partien, aber ihr wisst, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Da werden wahrscheinlich keine Titelkämpfe am Start sein. Schade, schade, dass das wieder aufgeschoben wird, weil ja Conor und sein Camp, weil die scheinbar wollen, wenn man sich die letzten Videos anschaut, ich denke auch, Conor sieht wieder gut aus, sieht wieder aus wie ein Fighter, kommt wieder auf ein gewisses Fitness-Level. Den schlechtesten Zustand, muss ich echt sagen, in dem ich Conor in den letzten Jahren gesehen habe, war bei diesem Basketballspiel, wo es auch diese Vorwürfe gab, die mittlerweile entkräftet wurden, da mit dieser Frau, mit der er auf Toilette verschwunden ist, da sah Conor echt, echt nicht gut aus. Also wirklich, wo ich gedacht habe, der kämpft nie wieder. Mittlerweile kommt er wieder in einen guten Flow, ne, auch das Gewicht, vielleicht auch ein bisschen das Wasser, das alles raus aus dem Körper, ne, sieht jetzt wieder deutlich mehr an, wie der Kämpfer Conor McGregor aus, muss nichts heißen, weil in welchem Kampf ist er denn nicht fit gewesen in der UFC, der war in jedem Fight fit, aber ich glaube, das zerrt auch an ihm mental, immer wieder, ja, ne, dann noch nicht, ein bisschen später und er hat dann, wir wollen den richtigen Moment und ich glaube, Conor ist echt auf dem Punkt, wo er einfach sagt, lass mich doch einfach kämpfen, selbst wenn ich den nächsten Fights verliere, den nächsten zwei Fights verliere, egal, lass mich aktiv sein, ich muss wieder in meinen Rhythmus reinkommen, wie er es gesagt hat, ihr nehmt mir hier quasi meine Lebensgrundlage, Geld habe ich genug, aber das ist das, was mich halt irgendwo glücklich macht. Werfen wir mal einen ganz kurzen Blick, bevor wir gleich noch den Strickland zum Abschluss des Tages haben, auf UFC 297, denn, das scheint eine richtig geile Card zu werden, die uns da am 20. Januar in Toronto erwartet, Hauptkampf ist natürlich Strickland gegen Duplessis, das wird schon ein sehr, sehr interessanter Fight, wo ich auch noch immer nicht genau sagen kann, boah, in die Richtung oder in die Richtung. Duplessis on fire und das, was er mit Whittaker gemacht hat, sehr beeindruckend, auf der anderen Seite Strickland, die letzten drei Fights, ebenfalls sehr beeindruckend, natürlich gerade der Fight gegen Israel Adesanya. Aber wir bekommen noch sehr, sehr viel mehr. Ich habe vorhin drüber gesprochen, Bueno Silva gegen Pannington, ich will jetzt natürlich nicht hier die Sache, die ich gerade kritisiert habe, als boah, der geilste Fight überhaupt verkaufen, das ist ein aus der Not geborener Titelkampf. Aber der ist auch auf der Card. Neil Magny gegen Mike Mallardt, Neil Magny, der kämpft ja gefühlt erstmal gegen jeden, egal wen die UFC, ich glaube, der ist der jenige, der wirklich diese zehn blanke Verträge unterschrieben hat. Trag mir einfach irgendjemand ein. Blachowicz gegen Rakic, sehr, sehr interessanter Fight für das Halbschwergewicht. Blachowicz, jetzt mittlerweile auch 40 Jahre alt, versucht sich oben in dieser Position zu halten. Ich glaube, Jan ist nicht weit weg von dem Titelkampf, weil die Niederlage gegen Alex sehr, sehr knapp war. Nicht wenige, die Jan Blachowicz vorne gesehen haben. Alexander Rakic auf der anderen Seite kann jetzt natürlich nach Verletzung reinkommen mit Blachowicz im Contender ausschalten und steht direkt ganz vorne dran. Das wäre ein sehr frischer Fight gegen Alex Pereira, wenn man den machen würde. Wenn er hier kommt und Blachowicz wirklich beeindruckend umhaut und da abliefert, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann auch mit anklopft für, falls Hill nicht bereit ist, eventuell nächsten Titelkandidat. Wir haben noch weitere Funfights. Kämpfer Charles Jourdain, Chris Curtis, die Spaß machen sollten auf dieser Card. Barrio kämpft Charles Jourdain gegen Sean Woodson. Also auch wieder, ich sage jetzt Füller, Lückenfüller-Fights, das klingt immer so respektierlich, aber welche, die abliefern können, die sehr viel Fun-Potenzial haben, glaube ich, um eine gute Card herzugeben. Wir haben Arnold Allen gegen Mofsa Eflueff, absoluter Top-Fight im Federgewicht. Eflueff nach wie vor ungeschlagen, mit Sicherheit auch einer, der auf das Gipfeltreffen mit gegen Topuria hinschielt. Auch Arnold Allen will natürlich nach der Liga gegen Holloway wieder zurückkommen. Reyes gegen Carlos Ullberg. Carlos Ullberg, für ihn jetzt die Möglichkeit, okay, weiter nach oben zu ziehen. 9 zu 1, vielversprechender Mann, Dominic Reyes. Nach dem Jones-Fight ging es, ich glaube, muss ich gar nicht für euch nochmal alles wiederholen, ging es kontinuierlich bergab. Der Mann kämpft hier, glaube ich, wirklich um seine Karriere, um seinen Platz in der UFC. Wenn er jetzt wieder verlieren sollte, wieder vorzeitig verlieren sollte, eventuell wieder ausgenockt wird. Also dann, ich will nicht sagen, sehe ich schwarz, aber dann ist es vielleicht wirklich für Dominic Reyes an der Zeit, genau zu überdenken, entweder woran liegt es oder ist mein Kinn einfach so durch, dass ich auf dem Niveau nicht mehr abliefern kann und vielleicht aufhören muss. Geile Karte auf jeden Fall, sollte sehr viel Spaß machen, können wir uns nach der Karte, die jetzt Ende des Jahres kommt, direkt. Es geht so weiter. Die UFC liefert weiter ab, letzte Karte des Jahres, 96 geil, 97 geht hoffentlich, zumindest von den Namen her, absolut genauso weiter. Zum Abschluss, ich habe es angekündigt, machen wir nochmal einen Strickland draus. Der hat sich ja unter anderem auch mit Valentina Shevchenko angelegt, wo er ihr auch ein bisschen die Skills abgesprochen hat. Da war die Rede von Striking gelernt auf YouTube und das ist so, als würde man, also er hat Frauenkämpfe so bezeichnet, als würde man Kindern zugucken, zu kämpfen. Unterhaltsam, aber am Ende des Tages wissen wir alle, das ist Trash. Ich glaube, es gibt durchaus viele, die da anbeißen und sagen, ja ganz ehrlich, der hat Recht. Ich würde, ich glaube, gerade bei Valentina, die ist eigentlich die falsche Ansprechpartnerin, weil die von den Skills rein technisch, natürlich hat die nicht dieselbe Power wie ein Mann, dass da der Impact so da ist, aber ich erinnere da nochmal an diesen Highkick gegen Jessica Ai, auch da gibt es Knockouts und Valentina ist rein technisch, glaube ich, über jeden Zweifel haben, ist eine sehr, sehr gute Fighterin. Gerade sie da zu kritisieren, vielleicht die falsche Adresse, mit Paige Van Zandt hat er sich aber auch angelegt, ne, schon ein Stückchen klar, wenn der feuert, dann feuert der aus allen Rohren und bei Paige Van Zandt, da ist es vielleicht schon realistischer, auch die Skills anzuzweifeln, denn er sagt, die hat mehr in 24 Stunden Onlyfans verdient, als in ihrer gesamten Zeit in der UFC. Er sagt, lass uns das Ganze mal analysieren, du wurdest nur unter Vertrag genommen, weil du gut aussiehst, Frauen-MMA ist grundsätzlich eine lahme Nummer und Männer zahlen mehr dafür, dich nackt zu sehen, als dich kämpfen zu sehen. Also das nimmt er jetzt damit raus und sagt am Ende des Tages nochmal, bleibt in der Schule, Kinder, kämpfen ist scheiße. Paige Van Zandt hat auch darauf geantwortet, aber relativ, also keinen Namen genannt, hat einfach nur gesagt, nennt mir einen Hater, der mehr Erfolg hat, als jemanden, den er quasi hasst. Gut, da sind recht viele Fans drauf angesprochen und haben gesagt, ich glaube schon, dass Strickland rein von seiner Karriere mehr geschafft hat als du und ich glaube nicht, dass er erfolglos ist, gut finanziell, mit in 24 Stunden mehr als in ihrer UFC-Karriere verdient, dann scheint Onlyfans ja ganz gut zu laufen. Ja, Strickland spricht dir, glaube ich, auch vielen so ein bisschen aus der Seele. Paige Van Zandt für mich da natürlich schon ein besseres Beispiel. Auch da, die Corona, das kann man dir nicht absprechen, sie ist ja immer wieder in Kämpfe reingegangen und ob es Bare Knuckle FC war, UFC war, also MMA war, sie hat ja immer gezeigt, dass es auch eine toughe Dame ist. Fehlten ihr die Skills, um ganz weit nach oben zu kommen? Ich glaube ja, da auch, weil sie auch relativ spät angefangen hat und hat jetzt natürlich auch gemerkt, dass sie mit ihrem Aussehen einfach mehr Geld verdienen kann. Von daher hat er jetzt nicht so viele Sachen behauptet, die nicht wahr sind. Bei dem zweiten Punkt, Frauen-MMA ist einfach lahm. Kommt immer auf den Vergleich an. Also ich bin zum Beispiel auch kein großer Fan von Frauenfußball. Schaue ich mir auch einfach nicht an, weil ich auch das Gefühl habe, alles ist im Vergleich zum Männerfußball und ja, es gibt jetzt Ausschnitte mit taktisch und anderen Sachen, aber wenn ich es gucke, ich habe das Gefühl, ich sehe einfach ein Männerspiel, aber mit angezogener Handbremse. Einfach alles ein bisschen langsamer, alles nicht so was normal ist, weil von der Füße Männer und Frauen einfach unterschiedlich sind. Beim Frauen-MMA habe ich halt gelernt, mir die Fights rauszusuchen, wo ich einfach sehe, da ist dieser Unterschied nicht. Ähnlich wie beim Frauentennis kann ich mir auch, das kann ich mir zum Beispiel sehr gut angucken, weil ich da vielleicht auch den Unterschied dann nicht so extrem merke, wie jetzt beim Fußball, ist eine rein subjektive Nummer. Und beim MMA, wenn ich mir da Fights angucke von halt Valentina Shevchenko, von Wei Li, von Joanna, von Rose, das sind super Fighterinnen. Von Jessica Andrasch, Amanda Nunes, Chris Cyborg, Ronda Rousey, das sind die Namen, die dann fallen, die haben sehr gut abgeliefert. Und ich glaube, mit den Damen grundsätzlich zu sagen, Frauen-MMA-Islam, ich verstehe, dass einige da einfach nicht mit warm werden, ne, werde ich beim Frauenfußball auch nicht. Ich würde es aber persönlich nicht so im Komplettpaket, verdammt. Aber, das wäre nicht der Strickland des Abends, wenn Strickland nicht auch ein paar kontroverse Aussagen raushaut, deswegen teile ich das natürlich wieder gerne mit euch. So, jetzt habe ich aber wieder genug gelabert, keine Ahnung, wie lange die Folge ging, wahrscheinlich wieder zu lang. Vielen Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf, bis demnächst und let's fight!